Ja, hallo, mein Name ist Sebastian Heinold, ich bin 24 Jahre jung und komme aus dem wunderschönen Niederweitbach in Mittelhessen. Vom Beruf her bin ich Umweltfachkraft in einem Ingenieurbüro und zwar war das damals so, dass es schon sehr schnell zum Thema wurde, hey, willst du das Büro irgendwann mal übernehmen? Fand ich damals ziemlich cool, heute eher weniger, denn ich habe mir dann mal das Leben derer ein bisschen für mich reflektiert, die das Ingenieurbüro eben führen und dann kam für mich relativ schnell raus, dass es eben nicht mein Ansatz ist. Habe dann per MNNN kennenlernen dürfen und kann eben jetzt alle Sachen, die ich in meinem Leben gerne haben möchte, unter einen Hut bringen. Ich habe freie Zeiteinteilung, ich habe viel Zeit für Freunde, für Familie, für Hobbys und ich kann eben wirklich das verdienen, was ich leiste. Das finde ich das Wichtigste. Außerdem bekomme ich jetzt nächsten Monat noch meinen ersten Firmenwagen, da freue ich mich drauf und darf nächstes Jahr mit nach Kalabrien, nach Italien auf die erste Reise. Es lohnt sich Leute.